Wo immer deutsche Soldaten während des Zweiten Weltkrieges ab 1941 auf dem europäischen oder afrikanischen Kriegsschauplatz auch standen, um 21.57 Uhr zum Sendeschluss des deutschen Soldatensenders Belgrad hörten sie das von Lale Andersen gesungene Lied Lilli Marley. Die Melodie dafür hatte der Braunschweiger Komponist Norbert Schulze 1938 auf die 1915 entstandenen Strophen von Hans Leib geschrieben. Von Schulze kamen auch die Melodien wie die Hits von Hans Albers, nämlich Mitkapitän auf die Reise und Kleine Weiße Möwe. Und unbeschadet seiner Kompositionen von propagandistischen Kriegsliedern wie Bomben auf Engeland und anderen, hat Schulze mit seiner Frau Wanya nach dem Krieg im besetzten Berlin erfolgreich vor westalliierten Soldaten seine Kunst zum Besten gegeben. Später, 1961, war er zum Präsidenten des Verbandes Deutscher Bühnenschriftsteller und Komponisten gewählt worden, hatte Ämter bei der GEMA und der Versorgungsstiftung der deutschen Komponisten. Am 14. Oktober 2002 ist Schulze in Bad Tölz verstorben. Was Lilli Marley betraf, war es mit Abstand das meistgespielte Soldatenlied des Zweiten Weltkrieges. Aber in Melodie und Text nicht nur vertraut jedem deutschen Soldaten, sondern auch den zivilen Radiohörern in Deutschland. Aber das Überraschende an diesem Lied war gewesen, dass die Darbietung von Lale Andersen, die eigentlich Lieselotte Helene Bertha Bunnenberg hieß und aus Behe stammte, seit 1947 ein Stadtteil von Bremerhaven, nicht nur von den deutschen Soldaten mit großer Begeisterung aufgenommen und gesungen worden war, sondern auch von ihren Gegnern auf allen westlichen Kriegsschauplätzen, wie hier den Panzerbesatzungen des britischen Royal Tank Regiments in Nordafrika. Sucht man nun aber im Internet nach der Entstehungsgeschichte des Textes, ist alles entweder so oder so geschehen und die unterschiedlichen Versionen werden mit dem Begriff umstritten geschmückt. Tatsache ist, dass der aus Wilhelmshaven stammende, damals 26 Jahre alte Leutnant der Reserve, Karl-Heinz Reintgen, hier als Oberleutnant, im Krieg als ausgebildeter Radiomann, Sendeleiter des Soldatensenders Belgrad, anfangs gerade einmal 54 Langspielplatten zum Füllen des auf täglich 20 Stunden angelegten Programms hatte. Eines Abends hatte er dann, mehr aus Verlegenheit, am Ende des Sendetages, direkt vor den letzten Nachrichten, die LP mit Lale Andersens Lillie Marleen aufgelegt und diese Praxis auch für eine Woche beibehalten. Aber kaum hatte er danach um 21.57 Uhr ein anderes Lied gesendet, war die Feldpost kaum noch in der Lage gewesen, die sich täglich steigernde Briefmenge in Belgrad abzuliefern. Alles mit dem Tenor, wir wollen Lillie Marleen zurück. Damit hatte der Siegeszug dieses melancholischen Liedes begonnen. Kurz noch zu Karl-Heinz Reintgen. Der war nach dem Krieg beim Radio geblieben, dann Fernsehmann beim Südwestfunk geworden und bis zu seiner Pausionierung Chefredakteur und stellvertretender Intendant des Saarländischen Rundfunks. Nun aber zur Entstehungsgeschichte des Textes von Lillie Marleen, die überall nur kurz behandelt wird mit den üblichen Fragezeichen. Aber hätten sich die mit dem Thema Hans Leib und Lillie Marleen befassten bei ihren Recherchen etwas mehr angestrengt, immerhin gibt es im größten Heeresstandort der Bundeswehr in Munster ja sogar ein Denkmal dafür, hätten auch sie die offizielle Version der Entstehung des Liedes von Hans Leib gefunden. Die hatte er als ehemaliger Angehöriger des bis 1918 in Berlin stationierten Garde-Füsilier-Regiments 1956 oder 57 in einem Bericht geschildert für das sogenannte Maikäfer-Nachrichtenblatt der bis ca. 1960 bestandenen kameradschaftlichen Vereinigung der Offiziere des ehemaligen Garde-Füsilier-Regiments zu Berlin. Hans Leib war am 22. September 1893 in Hamburg geboren. Sein Vater war Seemann gewesen, später Schauermann, wie man die für das Stauen bzw. den Be- und Entladen von Frachtschiffen eingesetzten Hafenarbeiter nannte. Eigentlich hatte auch Hans nach dem Besuch der damals achtklassigen Volksschule Seemann werden wollen, ging aber nach der fünften Klasse, auf Wunsch seiner Mutter, auf eine Präparandenanstalt, wie die Schulen für die untere Stufe der Volksschullehrerausbildung genannt wurden. Als am 30. Juli 1914 nachmittags öffentlich die Mobilmachung verkündet wurde, der Erste Weltkrieg begann einen Tag später, hatte Leib gerade seine Abschlussprüfung in den Fächern Sport und Religion absolviert und war Lehrer in Hamburg, Rotenburgsort geworden. Aber er hatte sich auch wie 10.000 weitere junge Männer als Kriegsfreiwilliger zur kaiserlichen Marine gemeldet, war aber abgelehnt worden, da die Marine von Freiwilligen quasi überrannt worden war. Dann, im November 1914, war er aufgrund seiner Körpergröße als Wehrpflichtiger zunächst zum Garderegiment zu Fuß nach Potsdam eingezogen worden. Da man aber beim ersten Regiment der Christenheit, wie sich dieses Nobelregiment in vornehmer Bescheidenheit nannte, dringend einen Schumacher brauchte, den wiederum die ebenfalls noblen Gardefuseliere in der Berliner Chancéstraße überzählig hatten, wurde kurzerhand getauscht und Leib war ab sofort ein Maikäfer, wie der Berliner Volksmund das populäre Gardefuselieregiment getauft hatte. Nach seiner Grund- und Spezialgrundausbildung hatte er sich dann entschlossen, Reserveoffizier zu werden und war zum Fahnenjunker ernannt, nicht befördert worden. Denn Fahnenjunker waren in der königlich-preußischen Armee kein Dienstgrad wie heute, sondern lediglich die Bezeichnung für alle Offizieranwärter des Heeres, wo es dann auch Fahnenjunker-Gefreite oder Fahnenjunker-Unterbeziele gab. Da nun durch die erhöhte kriegsbedingte Aufnahme von Rekruten und Reservisten die Kaserne überbelegt war, war Leib erlaubt worden, in der Nähe der Kaserne privat zu wohnen. Er hatte dann mit einem Kameraden ein Zimmer im dritten Stock eines im Zweiten Weltkrieg zerstörten Hauses in der Chancéstraße angemietet. Nach seinem Bericht hatte er dort eines der beiden jungen Mädchen kennengelernt, das zum Anlass seines späteren Liedes Lili Marleen werden sollte. Die junge Dame hieß Betty und war die Tochter eines in seinem Hause wohnenden Gemüsehändlers. Aber da Betty beim Füttern der Hühner, wie er schrieb, ein so liebliches Piep-Piep von sich gegeben hätte, hatten die beiden Maikäfer ihr den Spitznamen Lili gegeben, wobei sich mir allerdings die Logik daraus nicht erschließt. Das andere Mädchen Marleen, eine aus Mecklenburg stammende Hilfsschwester, in einem Berliner Reservolazarett, hatte Leib bei einem Besuch in der Nationalgalerie kennengelernt. Als das Garde-Fusilier-Regiment Monate später, am Ostersonntag 1915, dem 4. April, an die Ostfront verlegt werden sollte, war in der Nacht zuvor der kriegsfreiwillige Garde-Fusilier Leib zur grün gezeigten Kasernenwache am Eingang Kesselstraße 1 bis 2 zum sogenannten Grützmacher eingeteilt. Der Grützmacher war ein hinter der Kaserne des Garde-Fusilier-Regiments liegender und als Exerzierplatz benutzter freier Platz, der im Volksmund der Grützmacher genannt wurde, nach einem alten Pächter der Wirtschaft, des dort eingerichteten Invalidenhauses. Als nun Leib in der Nacht vom 3. auf 4. April 1915 mit geschultertem Gewehr vor dem Schilderhaus Posten stand, war seine Freundin Marleen auf dem Wege zu ihrem Nachtdienst gewesen, der an der Kasernenwache in der Kesselstraße vorbeiführte. Wie alle anderen in dieser Gegend wohnenden Berliner hatte auch sie vom Abrücken des Regiments am nächsten Tag gehört. Als sie nun in Höhe des Schilderhauses angekommen war und in dem Soldaten unter der Pickelhaube den 22-jährigen Hans Leib erkannt hatte, hatte sie ihm beim Vorbeigehen zugelächelt und gesagt, Ade solange. Just in diesem Augenblick ertönte vom Haupteingang der Kaserne in der Chasséstraße das Zapfensteichsignal, die Aufforderung für die Sturben, Lichtaus- und Nachtruhe. Diese aufwühlende Mischung, bestehend aus dem einsamen Postenstehen, dem Wissen um das Abrücken an die Front am nächsten Tag, die Begegnung mit der ihm vertrauten Marleen, seine Erinnerung auch an Lilly, schließlich das an ihn, an den militärischen Dienst, erinnernde Zapfensteichsignal, hatte in dem jungen Soldaten ein unbeschreibliches Seelenbeben erzeugt. Kaum war Hans Leib dann abgelöst worden und wieder im Wachlokal, hatte er noch immer überwältigt von der eigentümlichen Stimmung, den ersten Vers, in sein Notizbuch geschrieben, der ihm gerade in den Sinn gekommen war, quasi als ein höchst privates Abschiedsgedicht für Lilly und Marleen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilly Marleen. Später hatte er noch weitere Strophen geschrieben, die man im Internet finden kann. Dann, am nächsten Morgen, war Leib mit dem Garde-Fusilie-Regiment in den Krieg gezogen, zunächst an die Ostfront, dann in die Karpaten. 1917 war er so schwer verwundet worden, dass er als dienstuntauglich entlassen worden war. Nach dem Krieg war er für eine kurze Zeit wieder Lehrer geworden, dann Journalist und Künstler, wobei er in den nächsten Jahrzehnten rund 3600 Bilder, Grafiken, Zeichnungen, Holzschnitte und Lithographien hinterlassen hat, bevor er sich in den frühen 20er Jahren dem Verfassen von Romanen, Erzählungen, Gedichten und Liedertexten zuwandte, wie zum Beispiel dem auch von Hans Albers und Freddie Quinn gesungenen »Einmal noch nach Bombay«. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges hatte sich Hans Leib auf Schloss Huberk im Schweizer Frutville niedergelassen, wo er am 6. Juni 1983 verstorben ist. Sein umfangreiches literarisches Werk besteht aus Romanen, Erzählungen, Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen und Filmdrehbüchern. Aber nichts davon konnte den Erfolg von Lili Marleen erreichen, das Liedes, das während des Zweiten Weltkrieges in der Darbietung von Lala Andersen nicht nur zu einer Weltberühmtheit geworden ist, sondern auch in den ersten Jahren seiner Veröffentlichung mit über 2 Millionen die erste rein deutsche Platte gewesen war, die über eine Million Verkäufe erzielen konnte und in 50 Sprachen übersetzt worden ist. International war Lili Marleen durch Marlene Dietrich bekannt geworden, die dieses Lied auch immer wieder anlässlich ihrer Truppenbetreuung für US-amerikanische Soldaten gegeben hat. Norbert Schulze, der es noch vor dem Krieg 1938 komponiert hatte, hat den unerwarteten, weltumspannenden Erfolg des Liedes so beschrieben. Es war für Freund und Feind das Symbol für Heimweh, Trennung und Sehnsucht, vor allem für Hoffnung. Auf Wiedersehen. Die Zeit, der Krieg, der immer furchtbarer wurde. Die Umstände haben das bewirkt. Über estoy noch vor den Überzeugen shopperc und erbuckig, died aus Beobachtung, die tres Cuick, die lege, die ,